Servus liebe Jan-Fans, herzlich willkommen im Massagerum und ich möchte euch heute mal unseren Raum hier vorstellen. Hier sind meistens die Spieler drin, die angeschlagen oder ein bisschen verletzt sind. Ich bin leider auch ein wenig angeschlagen seit gestern dem Training und hier ist auch Bay in the Beard und unser Physio Rodi. Wir freuen uns riesig aus Spiel heute, dass wir uns gegen Erstligisten aus Slowenien messen können. Aber es ist schade, dass ich leider nicht mitspielen kann und Knulli auch nicht. Aber das Wetter ist nicht optimal, die Bedingungen sind schlecht und es regnet viel. Aber auch wenn es schneiden würde, wir wären richtig heiß auf dieses Spiel und freuen uns einfach, dass wir heute unseren ersten Test in diesem Trainingslager haben. Und schicken einfach liebe Grüße aus Katesch und freuen uns, dass ihr hoffentlich alle am 27. zu uns ins Stadion kommt. Spannende Lauf Spannende Lauf Spannende Lauf Spannende Lauf